Und mir ist eben gerade eine richtig widerliche Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, hier vorne ist die Zecke. Ich muss diese Zecke entfernen. Jupp. Genau, hier vorne ist die Zecke, die euch erfolgreich entfernt. Und genau hier ist die Stelle, davor. Ich glaube, der Kopf ist auch draußen. Das ist gut. Zecke erfolgreich entfernt. Prüfen, ob ich bald Borreliose aus meinem Körper rausspritzen kann, um andere zu ärgern. Da muss ich schon wieder durch dieses hohe Gras hier laufen, wo diese ganzen widerlichen Zecken hier da sind. Guck mal, guck mal hier. Ich habe ihn hier gefunden. Das ist schon wieder so eine komische Zecke, die versucht, irgendwie Borreliose in mir reinzuspritzen. Den werde ich jetzt entfernen. So, ich habe den hier entfernt. Aber hier vorne ist noch eine Zecke. Den werde ich auch entfernen. So, die Zecke habe ich auch entfernt. Und hier sehe ich auch eine Zecke. Die werde ich jetzt auch entfernen. So, die Zecke habe ich auch entfernt. Und ich habe hier vorne auch eine Zecke gefunden. Die werde ich jetzt auch mit meinen Fingern entfernen. Jawohl. Aber das bạn der ... ... ...